Was ist das für mich? Es gab eine Quote von Michael Bisping, die du nach der letzten Kampf hast, er sagte, er möchte dich in die Kampf, um die Kampf zu akzeptieren, aber dein Pinkie Toe wird verletzt. Wie ist das Pinkie Toe? Wann können wir uns wieder sehen? Ja. Ich habe Bisping mit einem Fuß zu kämpfen. Meine Hand ist hinter mir. Meine Beine sind verletzt, also ich würde gerne in da kommen. Ich und Bisping haben auf Twitter gesprochen, und ich habe mich gefragt, ob du das machen willst? Lass uns das machen. Ich wollte ihn verletzen. Nächste Frage. Wie weit weg bist du von einem Titel-Fight? Du bist ein Typ aus Amerika, gut zu promoten, wie weit weg bist du von einem Titel-Fight? Ich denke, es betrifft auf, wer ich kämpfe. Es gibt nicht viele Leute vor mir. Ich bin definitiv nicht weit weg. Es betrifft auf, wer ich kämpfe und wie ich kämpfe. Ich planze auf, es geht weiter, und ich stecke auf, wer sie vor mir legen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Octagon. Lass uns deinen Pinkie Toe aufhören, wie Bisping hat es gesagt. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ich freue mich auf Berlin. Vielen Dank. Es ist immer eine gute Zeit. Danke. Danke. Danke.